hallo liebe leute und willkommen zurück zu einer weiteren kleinen runde minecraft ja ganz spontan die aufnahme war eigentlich gar nicht geplant ich wollte eigentlich mehr bioshock aufnehmen aber auch bioshock leute muss ich erzählen bioshock voll genial game aber ich weiß nicht ich komme darauf nicht klar ich weiß nicht warum aber es einfach zu zu anstrengend für mich naja weil ich höre nur stimmen ja shooter an sich sind ja jetzt nicht schlimm ja gegner an sich auch nicht schwere gegner auch nicht aber wenn ich durchgehend nur stimme höre ist ja schlimmer als die zombies hier minecraft so und jetzt weiß ich gar nicht was ich hier machen möchte jetzt bin ich hier jetzt habe ich hier fichte und fichte ist jetzt nicht so der hauptgewinn oder möchte ich das fichtenholz sie ersetzen durch normales ich möchte auf jeden fall schon schöner haben und schaffe habe ich immer noch nicht mehr hier hinten hat nur doch ein schaf pass auf das macht jetzt nicht so viel sinn aber damit wir uns mal eben die wolle holen eigentlich wollte ich ja ja wir haben drei oh mein gott haben drei ich brauche nicht so eigentlich wollte ich ja die bibliothek wollte ich mir mal wieder in angriff nehmen aber das ist wieder so von hundertstel auf sausendstel von hützchen auf klötzchen ich komme einfach nicht nach mit meinem gehirn ist leider wirklich so warum habe ich ein weißes bett ich weiß es nicht auf jeden fall schlafe ich jetzt fast was jetzt alles für projekte haben alter schwede aber ich brauche bäume ich brauche andere bäume ja leider war habe ich birke nö ich habe nur fichte und fichten da haben wir hinten schon genug der gotzilla berg sehr schön pass mal auf ich brauche mindestens bierkund was bist du ja was seid ihr komische fische sind die piranhas die böse das ist ja angenehm die erfahrungspunkte und ein fisch ja nice muss man gar nicht mehr angeln gehen so was mache ich denn jetzt ich wollte schon ein bisschen was verbinden also ein weg hierhin ein bisschen weg stein kies irgendwie sowas in der richtung birke ich ist eigentlich nicht das was ich jetzt machen wollte aber ist nicht schlimm ist nicht schlimm wir haben jetzt zeit ist ein endloses play hier ne so dann komm mal her was ist denn hier ach ein schweinchen sehr schön so eine axt bitte nicht für dich liebe kuh so und da diese spontanaufnahme halt wie gesagt spontan ist deswegen auch der name habe ich natürlich nicht zu bequasseln ach diese ganze shitstorm gegen blizzard doch da habe ich ein bisschen was zu quatschen ich habe das gar nicht so wirklich mitbekommen ich weiß nur dass irgendwie auf der blitz kommt haben sie ja irgendwie ist komische mobile game wo wo sie also richtig also richtig die sauer ausgelassen haben die ganzen fans die so sauer waren weil das mehr so finden dass ich ein raum gedacht war und ja blizzard wurde halt vorgeworfen sie haben bewusst wieder mit ja solchen sachen wie diablo 4 und so weiter gelockt damit ziemlich viele kommen ziemlich viel geld ausgeben und dann kommen sie halt mit so einem krepp an wenn dem so wirklich ist ich habe das wie gesagt nicht richtig mitverfolgt dann ist das natürlich kacke aber jetzt so einen aufstand zu machen beispielsweise diablo 3 wer das kennt versteht es wenn ich denn gleich kurz es gibt saison in diablo 3 das heißt man kann irgendwie für ungefähr rund drei monate kann man halt bestimmte sachen spielen dann gibt es auch bestimmte rüstung und so weiter und dann kann man halt auch leveln und dann gibt es auch spezielle sachen da kann sich halt sachen wie neue avatare und so weiter verdienen oder neue flaggen und neue wappenbrücke oder weiße 8 wappenröcke wappen flaggen dinge halt ja und jedenfalls sind da halt diese bounty bounty mission das heißt du gehst da in jeden akt gehst du da fünf punkte ab da hast du verschiedene aufgaben und wenn du die erledigst dann kriegst du halt eine beutetruhe ja mit beutelsachen drin sondern jede saison kriegs halten anderen boni und in dieser saison war es so dass halt anstatt eine beutetruhe zwei beutetruhen bekommst so offiziell war am 17 jetzt saison ende das haben die aber vor groß angekündigt das dann halt doch irgendwie bis zum lügen 6 oder 16 januar ich mein 6 januar bis dahin haben sie es halt verlängert aus gründen ich weiß gar nicht warum und dann haben sie es tatsächlich gewagt durch einen bug oder was weiß ich die haben halt also die saison verlängert allerdings hat den bonus nicht verlängert das heißt gestern kamen die leute halt trotz verlängerten trotz verlängerte saison mich an ihre zweite bonus truhe alter das forum das sind immer besuchen müssen das war so dumm und gomora und da denke ich mir leute was stimmt nicht mit euch was ist denn los mit euch ihr habt ihr gelitten so könnt ihr nicht reden unfähigkeit von blizzard und die sollten sich schämen sollten betrüger und weiß ich nicht das war schon richtig unter so schublade teilweise teilweise natürlich auch leute gebannt und gut gelöscht aber alter schwede also ich war schon ein bisschen baff muss ich ganz ehrlich gestillen ich war kurz davor echt zu schreiben leute wegen einem beutel gleich so viel mimimi aber nein denke ich mir macht nicht was willst du da ist noch mal salz in die wunde streuen die sind ja sowieso schon getötet ich meine was will ich damit erreichen gelle es liegt ein halt es ist so man möchte ist ja man möchte halt auch den leuten auch damit zeigen guck mal ihr seid lächerlich mit eurem verhalten jetzt also nicht ihr als person sondern euer verhalten ist halt lächerlich aber was erwarte ich denn dann dass sie jetzt dann auf einmal sagen wenn sie das lesen halt scheiße der hat recht guck mal wie doof ich eigentlich bin jetzt fest wie schuppen auch von den augen stimmt der mann der hat recht also ja tut mir leid ich glaube besserung mit sicherheit nicht also habe ich das gelassen weise wie ich nun mal bin so ich würde ja auch gern so normalen aufgang machen geht das so dass wir dann hier ist das irgendwie anders machen dass man halt mit slabs arbeiten dass sie ein bisschen steiniger wird und ja ja ich höre sie doch wieder haben wir steine jawoll das auf so dass man dann halt sieht sind bruchsteine habe ich nur so wenig bruchsteine das aber doof hey nein hallo ich weiß doch dass ich so viele habe so halt dass jeder denkt pass auf hier guck mal echt authentisch ja so dass wir dann hier so hinkommen müssen wir halt noch ein bisschen ausbauen würde ich sagen so mach das mal so so hier ist für mich auch noch mal ein bruchstein das muss ich halt so ein bisschen variieren können so bruchstein bruchstein so dann tut es auch niemandem weh so gelle seht ihr wo der weg hingeht ne kennt ihr ne ich hab doch hier so und dann so halt hoch und schon sind die dinger weg schmarrere so dann haben wir das hier so ein bisschen ich finde das sieht gar nicht mal schlecht aus ist so ein bisschen wild oder er sieht voll gut aus so habe ich kies bockies können wir auch noch ein bisschen verarbeiten huch okay das war jetzt ein bisschen dürf das würde man auch anders machen müssen ist aber nicht schlimm habe ich kies hier drin nö oh Gott habt ihr gesehen ne alter was ist denn hier los ey ach ja die musik ist die musik zu leise ich spreche auch schon wieder nicht mehr ne so okay das sieht man dann auch macht halt so sieht halt richtig gut aus ich weiß ähm das war doch doof mäh so dann sieht es wenigstens noch was aus und so jo passt und hier ist ein bisschen erde noch ja und hier müssen wir das sowieso ein bisschen ne vielleicht hätten wir hier mit dem holz egal wir basteln uns schon was zurecht guck mal hier und schon wieder ich finde sie doch kommt da kannst du kannst du es nicht sagen wenn man so lange ist hier ist ein bisschen hier hört man ein bisschen felsformation machen können ja ja ich höre es doch schon wieder wer geht weg dummdi 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 dumm so kann ich wieder schlafen ich wollte doch eigentlich da hinten hin nee warte mal wollte ich nicht ich wollte vor allen dingen ein bisschen was pflanzen so machen wir hier mal ein paar bäumchen hin das wird den weizen nicht stören so haben wir fackeln dann würde ich das gerne hier und hier und hier auch und hier auch und da vorne und hier so damit wir eins zwei drei vier ah komm das reicht die Wacken haben wir dann Leuchtkraft von sieben Blöcke oder so soweit ich das jetzt noch weiß sag mal seit dem Angriffsmodus egal ich gehe mal profen lalalala ich habe gemerkt mein Stil ist auch echt anders geworden ja früher wäre das hier undenkbar so so und ich brauchte immer ja saubere Aufwege wisst ihr noch sowas hier war so ja gut sowas ging sogar noch aber das hier ne war schon schon anders so kann man hier wo sieht ein bisschen sehr steinig aus ne ich brauche mehr Kies aber egal so ich weiß ich glaube wir gehen mal wieder zurück ich möchte jetzt wirklich mal halt die Bibliothek mal machen weil ich finde die brauchen wir die haben wir angefangen und war schon ganz gut aber naja schon ganz gut ist nicht das was ich halt möchte ich möchte schon eine fertige Bibliothek haben damit wir damit auch ein bisschen angeben können einen Brunnen wollte ich auch noch machen so eine kleine Parkanlage mit Brunnen Brunnen wollte ich sogar ein Tutorial machen weil erschreckenderweise haben wirklich ziemlich viele Leute Probleme mit Brunnen zu bauen und dabei ist es doch eigentlich so super einfach gut ich meine Haltung viele Eckig und dann ein zwei Blöcke nach oben und dann einmal Wasser drauf das kann jeder aber ich meine halt so einen normalen kleinen Brunnen der ist wirklich nicht schwer hm ich mag dieses satte Grün hier sogar ich mag das satte Grün das bleiche Grün ist immer so ein bisschen hier das wo wir Moment mal wieso haben wir hier so ein schönes sattes Grün und da ist ja nur so ein Bläergrün hui Autsch meine Knöchel haben fast gar nicht wir getan als sie zerbarsten ach ja ach ja stimmt hier war ja noch was da haben wir ja richtig schön boah das sieht richtig gut aus dass sie richtig richtig Not und Elend Not und Elend Not gegen Elend heißt es oder oder ok dann schauen wir uns jetzt mal halt die Bibliothek an so wir gehen nach oben ach du Schöne oh ne bitte ist doch nicht mein Ernst bitte es hat nichts gemacht ich hab auch in der Testwelt also ich hab mir eine kleine Testbauwelt und so weiter hier und da habe ich mich hier oben das hier alles mit Wasser gefüllt das sah voll lustig aus stört natürlich hier ein bisschen weil das Wasser halt weil es hier so ein halb halb step ist so ein step ist kommt das Wasser natürlich ein bisschen drüber da müsste man eventuell vielleicht das ändern dann hätte man hier Wasser so einen coolen Swimmingpool ist natürlich nicht cool sieht nur von unten cool aus wenn du halt hier so bist und dann denkst du wow Wasser über eine Bibliothek wann weiß es da hat man immer so ein Swimmingpool hat jede Bibliothek wisst ihr doch so ich geh mal runter die rufen mich gerade oh mein Gott hey hallo ich hab dich gehauen hab ich mich ja das hat jetzt doch muss ich sagen hab mich so leicht erschrocken alter ist das dunkel hier hier kann ja gar nichts boah 1000 Golems nein Optionen friedlich zurück zum Spiel jetzt Optionen normal fertig zurück zum Spiel hallo das ist doch schon was ist doch schon was oder komm bevor mich hier irgendwas runter schubt das ist doof das ist die einzigste Summe hier bei dem mock creatures mod boah hier müsste ich eigentlich auch ein anderes Bild weil das Wappen also nicht der Wappen das Wappen der Wappen mein Gott bitte sagt nichts ich bin momentan der Witz ist hierbei ohne Scheiß jetzt der Witz ist bin ich außerhalb dieses Spiels hier also wenn ich jetzt nicht hier gerade ingame bin habe ich ohne Ende Ideen baller ich ohne Ende läuft die Aufnahme bin ich hier drin bumm wie tot als ob ich brain dead wäre wirklich also komplett als ob man irgendwie einen Ausknopf drücken würde sobald die Aufnahme läuft ich raff das nicht jetzt in meinem Ernst jetzt ohne Witz ich raff das nicht das nervt mich voll hm boah nee ey ja weiß ich nicht boah hier wenn ihr wüsstet in dieser meiner kleinen Testwelt ich hier alles ich habe wie überall gebaut überall habe ich hier irgendwie kleine Sachen gebaut die gar nicht zusammen passen aber ich habe gebaut warum zur Hölle wird mir das jetzt angezeigt naja egal gut liebe Leute ich mache hier erstmal Pause und dann versuche ich mal ein bisschen Impressionen zu erlangen so guck mal her so Impressionen hier und so ne die ist das oh Gott ich brauche Pause ey ich brauche das und du das ist das